Und einmal nur so ein paar Lieblingsquests gemacht, aber es ist jetzt egal. Drei. Gleich kommt ein Typ, gegen den wir kämpfen müssen, glaube ich. Den finde ich ziemlich lustig. Da könnte ich euch was... Wo bist du? Da. Jump. Und die Ratte ist down. La dida, 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 la dida. Ich liebe... Also... Die Oblifienmusik ist nicht jetzt so oberhammer vielfältig, dass du für jeden Schritt eine andere Musik hast, aber... Wenn Musik da ist, ist sie echt schön. Wo ist der Spast? Ich weiß ganz genau, dass der hier irgendwo ist. Putt, 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 wo bist du? Da ist er. Ich will dir jetzt mal kurz was zeigen. Ja, ich lasse mich jetzt freiwillig töten. Weil er hier... First Louisicus. Ja, es ist First Louisicus, sein Vater. Ja, komm, kill mich. Sag deinen Satz. Ich sag mal, wenn ich aufschreibe, wenn der einen Satz sagt. Sag es. Sag es. Sag es. Leck mich doch. Dummer Arsch. Hey. Normalerweise sagt First Louisicus, ich habe so einen Hunger. Und dann, wenn euch Werner darüber killt, was macht er? Nichts. Und einfach wieder ab. 45 Gold und die Halskette möchte ich haben. Gib ja. Gib. Spast. So, jetzt brauchen wir irgendwas, was beweist, dass der Graue Brinstein abstammt. Ähm. Tagebuch des Fürsten Louisicus. Boah, ist das ein Zufall. Warte. Trinken. Blut, 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 Blut. Ich brauche es. Ich brauche Blut. Brauche Blut. Ja. Der gute alte Fürst Louisicus ist ein Vampir gewesen. Das heißt, der gute Graue Prinz ist zur Hälfte Vampir und zur anderen Hälfte Ork. Geilster Mischling aber. Ich habe das Tagebuch des Fürsten Louisicus entdeckt. Es enthält in der Tat Informationen über Agronach Romaloc. Romalocs Geburt beweist aber, dass er ja Ausgleich eines Vampirs war. Agronach bin ich der Freude, das zu hören. Das ist aber der Beweis, nachdem er gesucht hat. Ich muss ihm das Tagebuch vom Schlachthaus der Arena in der kreislichen Stadt bringen. Das werde ich machen, sobald ich ein bisschen in der Arena weitermache. Aber jetzt können wir erst mal wieder abhauen und am Quest ein bisschen weiter rumbasteln. Basteln. Ich denke, wenn ich jetzt kein Reimhaus bin, schneide ich mal kurz. Ich muss auch irgendwann mal schneiden. Ich mache die Tür brav hinter mir zu. Geht so brav. Aber ich weiß, der Quest war jetzt nicht unglaublich schwer. Und dafür haltet ihr... ...gute Sachen. Also... Ich kann mich nicht darüber beklagen. Es gibt nur eine Sache, die mir daran nicht gefällt. Die mir wirklich überhaupt nicht gefällt. Aber die werde ich auch noch später, Leute. Lauf, lof, 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 lof... Lauf, lof, 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 lof. Lauf, lauf, lof, 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 lof. Mann. Ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt in die Kaserstadt, in die Arena. Ich gebe den Quest auf. Steige eine Stufe auf. Hier speichere ich mal kurz. Hier mache ich einen kurzen Schnitt. Bis gleich, Leute. So, nach einer kurzen Pause geht es natürlich weiter, Leute. Ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal in die Kaiserstadt Arena. Dort werden wir den Quest von Grauen Prinzen abgeben und ein Level abkriegen. Unser erstes Level ab. Der Weißkollturm vor Eonen von Antiken allein ist von jeder Stelle der Kaiserstadt sichtbar. Ja, das habe ich schon mal im vorherigen Part... Ich glaube, Part 4 war das. Habe ich schon gesagt, die Sieger Weißkollturm, den siehst du fast von überall. Wiederherschnitts-Magie kein Zauber, die Krankheiten und Vergiftungen heilen, damit... Ja. So, du immer noch. Du. Immer wieder du. Tausendmal du. Ja, das war ein Zitat aus Scrubs. La... Gaiden Shinji. Das hört sich gern wie so ein ziemlich schlechter Manga. Ja, ich bin Manga-Anime-Fan. Lass mich. So, du. Ihr seid zurück? Ja. Und? Wart ihr in Krähenheim? Ja, verdammt! Habt ihr... Was ist das? Das Tagebuch von Fürst Lovidicus. Ihr habt es vollbracht. Das sind großartige Neuigkeiten. In Chris to Blade, in Chris to Block. Mit Worte von Fürst Lovidicus selbst. Perfekt. Und Athletik. Ha! Ich glaube, ich schulde euch etwas, oder? Gut. Seht euch also diese Kampfzüge an. Bewegt euch so. Jetzt zuschlagen. Bäm ins Gesicht. Gut. Jetzt parieren. Genau so. Bitteschön. Das waren einige der besten Kampftechniken, die ihr je lernen werdet. Cool. Die werdet ihr brauchen, wenn ihr in der Arena mehr als fünf Sekunden gegen mich bestehen wollt. Ja. Jetzt will ich doch mal sehen, was in dem Tagebuch steht. Hm. Ja, ich bin kein grauer Prinz. Ich bin eine ausgeburte Hölle. Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Edelmann gewesen. Und bla. Ich dachte... Kenn ich schon. So. Jetzt weiß er, dass er ein Monster ist. Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt in den Endkampf gegen ihn gehen, in der Arena. Ich weiß ja natürlich was. Er will, dass wir ihn töten. Das ist so. Ich würde so gerne mal gegen ihn kämpfen. Ich würde so gerne gegen ihn kämpfen. Das wäre ein richtig epischer Kampf, aber den Quest kann ich mir einfach nicht nehmen lassen. Ich glaube, ich werde irgendwann mal ein separates Video hochladen, wo ich mich da hinspiele, den Quest nicht mache. Und wir können, ja, es wird euch gewahr, dass ihr euer gesamtes Leben wie in einem Traum verbracht habt, plötzlich angesichts der Prüfen letzten paar Tage erwacht und euch das Leben. Wir haben auf Stärke was drauf, auf Konstitution und Geschicklichkeit. Fertig. Lass uns unser Level ab. Ach ja, mit jedem Level wird das Spiel natürlich schwerer. Ist ja auch logisch. Und wir haben mal getestet, was passiert, wenn man sich außerhalb auf Level 20 levelt und dann das allererste Obliwinterrege geht. Das Ergebnis war... Ah, genau. Hier. Aber ich will das lesen. Hallo? Was ist los? Ja, du? Sprecht. Du stinkst. Was? Ja, die können uns jetzt sagen. Äh, wo kann ich schlafen? Die Herberge außer den... Kaufmanns-Scheiß-Name. Geht weiter. Okay. Wir machen jetzt den Hauptquest weiter. Ist ja klar. Hier ein... Quatsch. Ähm, den Quest-Rist müssen wir noch schnell aktivieren. Du kannst doch nicht tun, mein erwürdiger Jager. Fischengen. Findet den Erlben. Ja. Auch noch Quatsch. So ein Quatsch. Ha! War der nicht gut? Klatsch. Ich kenne noch mehr solche flachen Witze zum Beispiel. Wenn du superheld sein möchtest, wer wärst du gern? Spider-Man natürlich, da habe ich immer ein Netz für mein Handy. War der nicht toll? Oder aus Earthbound gibt es einen schönen Spruch. Von einem Zombie. Ihr seid ein Monster. Oder ich hasse euch für den Rest meines Lebens. Ha! 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 Mein Gott, sie flüchten alle. Wo ist es jetzt? Lauft, solange noch Zeit ist. No. Die Wachen halten immer noch die Straße. No. Aber es ist nur noch eine Frage... Wo was denn? Beim Blut der Götter. Ihr wisst es noch nicht, oder? Nein! Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Da war eine riesige Kreatur, wie aus einem Albtraum. kam direkt über die Bauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Yeah. Man kann nicht die ganze Stadt zerstören. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die einzigen... Wie seid ihr denn gekommen? Es war Savlian Marcius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie sch... Savlian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein. Ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten, wenn ihr es... Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. Was macht mein Pferd hier? Stimmt. Das ist... Das ist eine Einstellung. Jo. Ach, du stinkst. Wer bist du überhaupt? Egal. Ich reihe jetzt mal da hoch. Schauen wir uns doch mal Quatsch an. Und gleich kommen wir zu einem wunderschönen Gebieten. Oblivion. Hm. Wird es jetzt irgendwie heller? Und... What the hell? Schaut euch mal den Himmel an. Ist das geil oder ist das geil? Schaut euch den Himmel an, Alter. Krass. Einfach nur noch genial. Was ist hier nur los? Was? Was? So, du kannst jetzt hier ein bisschen stehenbleiben. Und... Was zur Hölle? Mann. Jetzt müssen die gegen irgendwas kämpfen. Und... Der Gate to Oblivion. Genau, das sind es. Einige von Oblivions-Kreaturen. Scams. Das sind jetzt schon mal die Schwächsten. Du, komm her. Mann, noch ein Scam. Ein beeinträchtiges Scam. Ich entschuldige mich. Wo ist Salvia Marzius? Da. Zurück, Bürger! Ja. Solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Was ist hier passiert? Wir haben die verdammte Stadt. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Und? Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft. Aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herr... Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt... Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen... Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment... Ähm, Martin. Meint ihr den Priester? Ja. Als ich ihn das letzte Mal sah, führt er gerade eine Gruppe zur Kapelle von Akatosh. Wenn er Glück hat, sitzt er dort mit den anderen fest und ist zumindest momentan in Sicherheit. Wenn nicht... Willst du mich verarschen? Die wichtigste Person in Quatsch lässt ihr einfach da drin? Ach, scheiße. Wie dumm. Hilfe. Ihr wollt helfen? Hilfe, echt. Das ist ein Witz, oder? Ja, natürlich, ihr Idiot. Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich... Seid ihr sicher? Ja, Mann. Ja, ich werde tun, was ich kann. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feier... Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Cool. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Es lässt sich. Sie sind nicht zu... Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Das heißt, du kommst eh nicht mehr raus. Tja, war schade. Schön, dich Kindsgänze haben. Wahnsinn. Ihr seid wirklich sehr mutig. So, jetzt pass mal auf. Oh mein Gott, wir... Wir können dann nicht durch. Was mache ich jetzt? Wupp. Ja, okay. Wir gehen nochmal in den Einschmarrn. So. Save. Und okay. Und... Auf den Ebenen von Oblivion. Leider Name. Sprechen Sie auf. Die Ebenen von Oblivion sind ein Gefährdespaster. Die Ebenen des Vergessens eigentlich. Oblivion heißt ja Vergessen oder so in der Richtung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und... Oh mein Gott, sieht das nicht krass aus? Ich betone. Ab 12. Was ist so...